Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen Handy-Upload. Ich wollte drei Sachen mit euch besprechen. Zum Ersten wollte ich mich bedanken für die riesige Resonanz, die die letzte Swissinfo aufgeworfen hat. Sie hat in kürzester Zeit über 350 Likes und über 2000 Klicks bekommen. Und das in einer Zeit, in der es sonst nie und immer passiert. Also wirklich herzlichen Dank. Als Zweites wollte ich ansprechen, dass es diesen Samstag, am 20. Februar, von 3 Uhr am Nachmittag bis 6 Uhr am Nachmittag ein Zuschauertreffen von ganz vielen anderen Schweizer YouTubern und eben auch mehr gibt, das in Basel in der Elisabetenparkanlage, das ist, wenn man beim Bahnhof rauskommt, über die Trämmelgleise läuft, einfach gerade der erste Park, den man sieht. Also man hat ihn wirklich gerade vor der Nase, wenn man aus dem Bahnhofsgebäude kommt. Und als Drittes wollte ich ansprechen, dass mir auf Twitter ganz viele tolle Fragen gestellt worden sind für das Q&A. Aber ich habe gesehen, dass viele Leute kommentiert haben, oh nein, ich habe gar keinen Twitter. Und das finde ich schade, weil, wenn man eine Frage hat, aber sie wegen einer ausgebliebenden Social Media nicht stellen kann, dann ist das mega schade. Darum kann man jetzt auch hier unter diesem Video in den Kommentaren Fragen stellen, wenn man etwas wissen will. Und ich bin dann sehr happy, wenn ich die demnächst mal beantworten darf. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Skiferien oder Fasnachtsferien, wenn ihr gerade habt. Und wenn ihr noch nicht habt, wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Und ich hoffe, euch demnächst am Samstag sehen zu können. Tschüss!